Guten Morgen, Herr Felix! Gut, dann wollen wir mal gucken, ob alles da ist. Marlon! Ja! Rennerike! Ja! Stefan! Hallo, Herr Lehrer! Mama, ich wollte sagen, ich bin zu spät, weil ich verschlafen habe. Aber sie dürfen, dass sie in die Rote Liste einfallen. Bitte nicht! Aber ich bin heute gut dabei, wenn ich keine Rote Liste einfallen kann. Das ist besser als ich nicht. Ich habe die Liste. Ja. Morgen, liebe Schüler! Guten Morgen, Herr Felix! Ja! Wer ist mein Star heute? Marlon! Jo! Frennerike! Ja! Stefan! Oh! Jo! Moin! Mein Junge ist gestorben. Aber ich konnte da nichts für wirklich. Also... Trag mich nicht in der Liste eigentlich. Das wäre wirklich asozial von mir. Ey, Bruder, komm! Alter! Du bist schlafen! Welcher Buchstabe ist das? Ich, 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 ich! Mit der aus? Das ist großartig! Du hast jetzt eine Tafelschreibe. Kerle! You know... Ab ventil! E, te... Treme! Abschreiben! Glecker! Und dann Kids Wir sind fertig. Schön für dich. Meine Lieblicks sind dabei. Guck mal, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Guck mal, ich habe Meis dabei. Guck mal, ich habe Kekse dabei. So, wir tauschen. Ja, aber nur eins. Ich habe Schnittloche dabei. Lecker. Guck mal. Ich gebe dir Kekse. Zwei Schnittloche gegen zwei Kekse. Aber ich möchte auch Schnittlauch. Okay, was gibst du? Meins. Lecker. Danke. Guck. Na, eine Geschichte oder so eine Scheiß. Ich weiß nicht. Komm, du essen mit Mama, ich habe richtig Hunger. Na, ich habe ein paar Sachen. Das ist so schlimm. Ich kann schon mal auf den Scheiß. Schau 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 mal auf den Scheiß. Guten Morgen, ich bin Frau Kurz. Guten Morgen, Frau Kurz. Ich habe ein paar Verstehungsaufgaben für euch. Und wer am schnellsten ist, bekommt sogar noch Pumibärchen. Ui, Pumibärchen. Haben Sie Aufgaben? Guten Morgen, ich bin Frau Kurz. Haben Sie Aufgaben? Guten Morgen, Frau Kurz. So, ich gebe euch jetzt jedes Mal aufgaben. So, ich würde sagen, es reicht. Emil, ich bin krank, ich bin der Haugers. Das zitiert und ihr werdet das abschreißen. Am Ende der Stunde kriegt ihr den Test ausdrücken. Ey! Ich habe den Stift in der... Heute? Okay. Ist die fertig? Ja! Okay, dann samm ich die jetzt mal ein. Ja, 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 ja. Ja, klar. Ah, ich würde rinke doch. So, heute schreiben wir einen Überraschungs-Aulein. Und was? Was? Nee, ach. Nicht jetzt. Keine Wiederwähler. Ich habe nichts gelernt. Ich habe nichts gelernt. Ich habe nichts gelernt. Ich habe nichts gelernt. Stimmig mit dir. Wir machen einen Diktat. Und die schreiben auch, was ich sage. Heute... Ja. Ich kann das Wort nicht lesen. Hier steht Nomen. Wie spricht man das aus? Deutlich. 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 Wir haben den Unterrichtsendung. Ja. Nein, ich kann das machen. Tschüss. Tschüss. Und macht ihr auch noch dann? Ja. Jetzt haben wir die extra. Zweifel auch. Dann geht es endlich mal fertig mitlesen. Ja. Philipp, du darfst an der da fertig. Ah! 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 Ich kann die Fähler nicht in den Unterricht herkommen! Ah! Ah!